Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Ghouls and Ghosts. Warum? Es ist nicht mehr da. Ich habe eben ein bisschen rumprobiert, bin eben auch ein paar Mal hier gestorben mit Absicht. Vielleicht hatte das dann auch noch funktioniert, aber nee, leider nein. Naja, ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn doch dann... Äh, warum ist hier der Zauberer rausgekommen? Hm. Naja, komischerweise auch bei mir hier... Ach, weil ich die Kiste nicht aktiviert hatte. Naja. Komischerweise bei mir hier ruckelt das immer mal, das Bild. Keine Ahnung warum, aber wenn ich dann rüber gucke auf die Aufnahme, ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Nein, shit. Naja, was soll's. Ich bin eh nicht weit gekommen, also ist das nicht ganz so schlimm. Äh, nein. Super. Genau, ich war zumindest eben schon mal im Dorf. Aber, naja. Das ist mir dann halt auch aufgefallen, dass das mit den Schildkröten, dass die auch keine Geräusche mehr machen. Und, naja. Das ist halt... Doof. Aber wie gesagt, ich kann das leider nicht ändern. Ich müsste das komplette Spiel nochmal von vorne anfangen und am Stück dann durchspielen. Und da hab ich grad echt nicht die Muße zu, muss ich gestehen. Naja. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass dann auch in der letzten Folge das so war und jetzt bis zum Schluss des Spiels leider genauso sein wird. Oder mal sehen. Ich hab keine Ahnung, ob der Spielsound wiederkommt oder nicht. Ach, Mann. Immer wieder. An der Stelle hier. Achso, die Kiste hier hatte ich eben schon, ne? Ja. Ich find das aber so cool, dass die auch von oben so runterspringen können. Ich hab auch schon überlegt, wenn das hier durch ist, würde ich dann gerne die Super Nintendo Variante spielen. Weil die ist halt auch wirklich sehr, sehr großartig. Dadurch, dass ich dann irgendwann keine Sega-Konsole mehr hatte in meiner Kindheit oder Jugendzeit eher. So ne, Übergang. Hab ich dann eher auf der Nintendo gespielt als hier. Ist klar, ging ja nicht anders. Hopp. So. Aber dass hier jetzt der Ton fehlt, das ist echt irgendwie ärgerlich. Aber naja. No, das war knapp. Aber wie gesagt, das komplette Spiel nochmal durchspielen, das wär halt, ja... Finde ich jetzt nicht so toll. Ich bin schon froh, dass ich jetzt einmal so weit durch bin, dass wir jetzt nur noch die Göttin da irgendwie noch suchen müssen. Ja, stimmt. Ich bin ja immer hier rechts lang gegangen. Ja. Trotz dieser blöden Würmer. Nein, das Schwert möchte ich nicht. Bitte nicht. Nein. So, weg mit dir. Da kommen schon die nächsten. Da. Oh, Mist. Ich hätte nur ein Stückchen nach rechts gehen müssen. Ihh, da kotzt du noch auf unsere Leiche. Ja, continue. Vielleicht ist ja jetzt der Spielsound wieder da. Wer weiß. Mal gucken. Nein, leider nicht. Ich find das echt bekloppt. Ich hab auch ein bisschen rumprobiert, ob ich dann nun normal speichere oder halt so ein Safestate benutze. Trotz allem, der Ton ist dann weg. Auch als ich einen komplett neuen Spielstand, sag ich mal, gestartet habe, nach dem Speichern war es weg. Echt bescheuert. Naja. So. Aber immerhin ist die Musik noch da. Ich glaub, das ist auch im Grunde das Wichtigste. Klar, die Spielsounds, die sind auch super. Aber die Musik, das muss auf jeden Fall bleiben. Äh, Schande. Bin ich ein Stückchen zu weit gegangen? Nö. Oh, so ganz knapp. An dem da vorbei. So. Der Wurm hier. Äh, die Pflanze. Aber dass die auch immer wieder kommen, ne? So. Gut, der ist weg. Jetzt hier oben. Höh. Hier oben. Nein! Verdammt. Ah, ich wollte gerade sagen, hier war doch auch noch eine Kiste. Ah. Naja, was soll's. So, hopp. Irgendwo hier. Da. Ah, ich find's auch ganz gut, dass wir den Zauberer gar nicht auslösen müssen. Ist so viel angenehmer. Dann braucht man sich da nicht so eine Gefahr begeben. Hopp. So, und hier. Nein! Einfach durchpesen, genau. Also, wenn sie gerade erst spawnen, dann haben sie auch keinen, äh, machen sie auch keinen Berührungsschaden. Aber natürlich die Kotze schon. So, da oben. Jetzt der Typie da oben noch. Vorsichtig. Gut. Ich weiß, hier hinten war noch eine Kiste. Da, genau. Äh, die Axt. Die hilft uns nicht, wenn wir jetzt den Typie da besiegen wollen. Und hopp. Genau, Ihmchen hier. Ähm, hallo? So, ich wollte schon sagen, darf ich dich bitte auch mal angreifen können? So. Vor allem den konnte ich eben schon, wie gesagt, gut besiegen, aber jetzt anscheinend nicht. Ach, stimmt. Ich hatte eben auch schon diese Waffe gefunden, die wir da suchen müssen. Naja. Aber immerhin, genetigerweise, dürfen wir direkt vor dem Boss hier einmal anfangen wieder. Ja, ist okay. So, ist gut. Ah, verdammt. Huh. Nein. Nein. Ach, Schande. Ah, so ein Mist. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt bei ihm wieder starten. Oder ganz vorne. Ha. Genetigerweise wieder. Na, komm. So. Mist. Ah, shit. Nein, nicht auf Pause. Ach, je. Der Typ hier wie schon wieder. Wie gesagt, hier wäre es wirklich besser gewesen, wenn wir schon die Waffe gefunden hätten. So. Hopps. Ah, verdammt. Genau rein. Ah, und jetzt auch noch drauf. Mist. Ich sag's, da ist jetzt schade, dass wir die nicht haben. Denn damit habe ich den vorhin wirklich recht gut weggeplättet. So, oben. Okay. Okay. Schräge. Unten. So. Hopp. Ja. Sehr schön. Puh, geschafft. Na, ein Glück. Ich drücke mal auf Start. Naja. So, supi. Ja, auch hier, die Schildkröten machen keine Geräusche mehr. Das ist mir, wie gesagt, leider erst zu spät aufgefallen eben. Was ist das denn hier eigentlich? Ah ja, da ist ja der Zauberer drin. Das brauchen wir gar nicht zu öffnen. Oh, oh Gott. Das wird so schwer. Das wird so richtig übel. Naja. Mal gucken. Aber ich hatte ja das letzte Mal schon so Probleme hiermit. Also die Kiste auf jeden Fall auslösen einmal. Gut. Mist. Und weiter. Einfach weiter. Wenn wir hinter den Schildkröten sind, bis zu dieser... Bis zu diesem Käfer hin, dann geht das ja. Ja, genau. Und ich habe es in der ersten Folge auch falsch gesagt. Nicht Löwenameise, sondern Ameisenlöwe. Ja, genau. Jetzt kommen uns die Viecher hier auch noch entgegen. So, aber... Wie man sieht, das geht schon. Aha. Jetzt auch noch ein Hinterhalt. So, hopp. Hopp. Nein. Ah, Schande. Okay. Das letzte Stückchen da wieder nicht. Und wieder von vorne, ne? Aha, ja. Stimmt. So, Kiste. Oh Gott, ist die schnell. Nein. Schande. Ach, wo ist denn die Kiste hier? Sag mal. Wusste ich es doch da. Hauptsache, ich kriege jetzt nicht noch irgendwie eine andere Waffe, die echt blöde ist. Wie gesagt, die Axt, die ist leider echt zum Kotzen. Oh, war das knapp. Stimmt, was ich vorhin auch noch gesehen hatte, die können sogar denn schießen jetzt. Die Schildkröten. Nein. Ach, Schande. Diese blöden, fliegenden Viecher hier. Naja. So. Hierüber. Hier. Und dann so. Nein! Mit der Hacke! Ah, ich hab dich doch plattgetreten mit der Hacke. Ah. Ja, toll. Genau rein. Nein, die Axt. Ah, die ist so doof, so langsam und schwerfällig. Ah, dreh dich um. Ja, hier. Und die geht jetzt leider auch nicht nach unten. So wie wir das jetzt gebrauchen könnten mit dem Diskus. Oh Gott, dieses Spiel. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich liebe es und trotzdem hasse ich es. Gleichermaßen. So, die erste hier. Hier. Oh hier, ich hasse es. Diese dumme Kack-Axt. So, auslassen. Du. Gib mir doch eine bessere Waffe. Ah, das war schon wieder viel zu knapp. Gut. Dann kommt jetzt... Achso, ich dachte eben, da unten wäre eine Schildkröte. War da eben eine? Ich hab's eben nicht mehr sehen können. So, erst hier. Hopp. Okay. Hier. Rüber. Ein Glück. So, der Hinterhalt. Genau. Hau ab! Nein! Boah, diese kackige Axt. Echt. Daran sieht man, die ist echt Mist. Die fliegt zwar schön weit, aber sie geht nicht nach unten. Zumindest nicht so, wie man's gerne hätte. Okay, okay, okay. Einfach weiter. Oh, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch einmal durchrennen. Einmal hoffen, dass der Sniper-Dämon uns nicht trifft. Ja, okay. Durchrennen. Einfach durch. Einfach durch. Und Checkpoint. Ja, ist okay. Hier ist okay. Ach je. Oh, ich hoffe, wir kriegen wirklich nochmal eine bessere Waffe jetzt. Weil das hier ist ja echt zum Kotzen mit der Axt. Oh, das war knapp. Oh, ich hätte jetzt so geflucht, hätte ich da jetzt eine andere Waffe bekommen. So. Das Viech da unten kriegen wir so nicht. Oh, gut. Ja, der Diskus. Komm, gib her. Oh, super. Der ist so viel besser. Oh, nein. Oh, und durch. Okay, okay. So, sehr schön. Das Viech da oben. Ja, stimmt. Ich glaube, so ein ähnliches Viech wie das gibt es auch noch bei der Super Nintendo-Variante. Ja, stimmt. Aber nur so ähnlich. Ah, da links war eine Kiste. So, mal gucken. Jetzt sind wir hier wieder. Bei dem coolen Flammenhund. Oder was auch immer das ist. Und jetzt hört man auch nicht mehr, ob man den trifft. Oh, das ist echt Mist. Aber naja. Ich bin jetzt so weit gekommen, ich möchte das jetzt nicht aufgeben. So, ist okay. Ducken. Oh, verdammt. Zu früh wieder hochgekommen. Oh, nein. Ich wollte mich gerade ducken. Shit. Ja, ist okay. Ist okay. Oh, Mann. Das wird noch was. Ich hoffe wirklich, dass wir die Waffe endlich bekommen. Denn das ist ja echt nicht mehr feierlich hier. So. Sehr schön. Jetzt kommt er auf einen zu. Ist okay. Ah. Super. Ohne getroffen zu werden. Puh. Ein Glück. Und ich hoffe, wie gesagt, es ist wirklich nicht so schlimm, dass jetzt die Sounds da weg sind. Hier. Deswegen der Diskus. Großartig. Weil man ihn werfen kann. Und wie man sieht, es gibt auch viel mehr von den kleinen Grünlingen jetzt hier. Die uns da beschmeißen wollen. So. Ich weiß, hätte ich nicht auslösen brauchen, aber naja. So, hier. Dann den hier. Sehr schön. Oh, super. Oh, super. Oh, das war schon wieder so knapp. Kann ich den da schon besiegen, da rechts? Ja, hier. Das ist die Göttin. Verdammt. Gib mir. Gib. Nein. Ach, scheiße. Das war so übelst klar. Da nochmal. Natürlich nur die Rüstung. Ja, kommen wir nicht mehr durch. Ne. Das war's. Und wieder einmal an derselben Stelle zerquetscht werden. Naja. Na, vielleicht haben wir dann die Chance, dass wir die gleich eben doch nochmal bekommen. Warum muss die auch ewig dastehen und zeigen, ja hier, ich bin jetzt hier und ach und bla und hü. Warum gibt sie uns nicht einfach die Waffe? So. Äh, nee. Obwohl, der Dolch ist auch nicht übel. Nehmen wir den mal. Da können wir nämlich dann viel mehr von diesen verschießen, als von dem Diskus. Nein, nein, nein. Bloß nicht die Flamme. Bloß jetzt nicht die Flamme. Das wäre richtig Mist. So. Nein. Ach. Kackiger Grünling da. Dann kriegen wir jetzt hier auch nur eine Rüstung raus. Wenn das denn mal wollen würde. So. Einmal durch, bitte. Wie man sieht, dass die Viecher hier zum Beispiel auch noch stärker geworden sind. Ne, das war knapp. So, hier, die über mir und dann geht das schon. Gut, dass hier oben keine Kiste ist, finde ich echt schade. Aber wie man sieht, ich bin schon um einiges besser durchgekommen. Denn das letzte Mal haben wir ja genau hier einmal abgespeichert. Oh, das mit der Flamme ist ja auch fies. Das wusste ich gar nicht mehr. Hopp. Und hopp. Ah, shit. Aber genau auf der Plattform gelandet. Schön. So, hops. Und zack. Genau, die Kiste jetzt übersehen. Überlassen. Genau. So, und dafür denn die hier rechts mitnehmen. Hopp. Ist okay, ist okay. Ich bin noch drauf. Nein. Ah, verdammt. Jetzt habe ich die Axt. Ja, verdammte Axt, ne? Nein, und er rutscht runter. Ah. Na gut, was soll's. Ja, stimmt. Wenn ich dann wirklich nochmal jetzt zum Ende hinkomme, ohne dass ich die Waffe habe, dann müsste ich das tatsächlich nochmal alles machen. Aber dann zumindest ab dem letzten Abschnitt nur. Ich finde das generell so bescheuert, dass ich da... Oh. Dass ich generell wieder ganz von vorne anfangen muss. Ist schon sehr unfair, ne? So, hopps. So, hoffentlich. Ja. Sehr gut. Kiste. Danke. Hopp. Sehr schön. Hopp. Ja, das lief sehr gut. So, vorsichtig. Äh, ja. Hier möchte ich bitte... Nein. Verdammt. Ich wollte die Kiste hier haben. Ja, der Dolch. Dankeschön. Nein. Nein. Tiiiihihi. Was soll's. Ach, wie doof. Aber dafür haben wir den Dolch wieder. Und nochmal eine Chance, die andere Waffe zu kriegen. Und ouch. Das war doof. Ja, stimmt. Man kann ja sogar nach unten schießen. Das verpeile ich auch immer. Sehr schön. Und hopp. Ja, ist okay. Nein, nicht schon wieder die Axt. Oh, wie doof das ist. So, hier war aber irgendwo auch noch eine Kiste. Genau, hier. Ja, der Diskus ist auch in Ordnung. Jetzt mal warten. Hopp. Nein. Ah, Mist. Ich hab das Viech nicht mehr erwischen können. Hä, schon wieder Game Over? Wie schnell geht das momentan wieder? Gut, dann eben nochmal. So, sehr gut. Hau ab. Ah ja, ich muss ja hier die Kiste einmal auslösen. Jetzt. Sehr. Ah, toll. Ich muss mich ja ducken. Stimmt. Ah, ist das doof. Aber doch, man merkt schon... Ja, gut, der Dolch wieder. Man merkt schon, dass der Schwierigkeitsgrad wirklich massiv angezogen hat. Dadurch, dass wir jetzt nochmal hier durchspielen müssen. Ah, shit. Okay, und rechts rüber springen geht auch nicht. Oh man, dass ich hier jetzt so lange hänge. Naja. So, gut. Äh, das Viech da rechts, äh, links meine ich. Ah, shit. Ah, schon wieder. Naja, wie gesagt, solange man unendlich Continues hat, ist das ja super. Ist ja einfach nur der Punktestand, der dann zurückgesetzt wird. Und damit kann ich leben. Hui, war das knapp. Nein. Ho, ho, ho. Das war sowas von Glück wieder. Ducken. Rüber. Hopp. Nein. Mist. Ich glaube, hier habe ich damals auch wirklich sehr, sehr lange gesessen, bis ich das mal geschafft habe. Soweit ich weiß, auf der Originalkonsole... Nein, nicht die Flamme, nicht die Flamme, nicht die Flamme. Dann lieber in den Tod stürzen. Damals, als ich das gespielt habe, wirklich noch auf der Originalkonsole. Ich habe das nie durchgespielt bekommen. Selbst meine Mutti, die hat das nicht hinbekommen. Es stimmt, weder Mutti, noch Schwesterchen, noch ich. Genau, ich bin, glaube ich, wirklich die Einzige aus der Familie, die das hier jemals geschafft hat. Ja, so ist gut. So, den Dolch möchte ich bitte beibehalten. Kiste, wo bist du? Nein, nicht die Axt. Achso, die ist weiter hier, ne? Ja, da. Ja, da ist sie. Jetzt in Ordnung. So. Hau ab. Ja, jetzt haben wir es. Endlich. Und die ist auch wirklich um einiges stärker. Macht normalerweise so ein Wusch-Geräusch und das war echt blöde. Ah, Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein-Schein. Aber wir haben jetzt die Waffe und hoffentlich behalten wir die auch. Denn wie man sieht, die ist schon echt super. Hat zwar nicht so eine große Reichweite, aber dafür ist die halt im Durchschlag wirklich viel, viel besser. So. Nein. Ach, ich muss mir abgewöhnen, dann nach links zu drücken. Ah, wir hätten es fast geschafft. Aber wie immer, fast ist nicht ganz. Haha, wow. Schön. So, dann eben nochmal. Und hopp. Ja, ist okay. Nein, nein, nein. Verdammt. Ich war eine Ente. Ich war eine Ente. Ich konnte doch nicht. Ich konnte doch nicht. Ah, was soll's. Ich würde jetzt auch gerne den Abschnitt hier einmal schaffen. Zum Haar. Was ist heute los? Was ist heute los? Entweder schaffe ich jetzt den Abschnitt oder eben, ja. Eine halbe Stunde ist dann voll. Oh, ich freue mich tatsächlich auch schon darauf, die Nintendo-Variante auszuprobieren. Oh, es ist gerade garstig, das Spiel. Also im Prinzip, Schwierigkeitsgrad ist eigentlich nur erhöht worden, dass die Viecher jetzt hier sind. Dass mehr Gegner um einen rumwuseln. Ja, genau. Um einen rumwubbeln. So, ducken. Rüber. Nein. Ah, schon wieder. Ich musste ja auch irgendwie wegrennen. Ach, Mann. Aber ich fände es irgendwie lustig, wenn wir jetzt hier bis zur halben Stunde festhängen. Dass ich dann genau an derselben Stelle wieder ausmache, an der ich das letzte Mal auch schon ausgemacht habe. Kiste? Kiste. Na hier, das sieht man schon. Einmal drangeschlagen mit dem hier. So, und. Nein. Ach, schon wieder. Ich wollte gerade stehen bleiben. Mist. Oh, das wird jetzt dauern. Na wie gesagt, man hat ja eben schon sehen können, einmal die Kiste mit der Waffe hier angeschlagen und ja, ist schon fast kaputt gewesen und mit den normalen Waffen braucht man immer zwei, drei Schüsse. So, okay. So geht das. So, gut. Kommt gleich hier. Ach, wisst ihr was? So ist besser. Oh, viel besser. Gut. Checkpoint. Ein Glück. So. Die Wolke schon wieder. Die uns auch im Endbereich schon so geärgert hat. So. Nein. Autsch. Ich sag's ja, ob nun goldene Rüstung oder normale. Ist eigentlich absolut egal. Achso, ja. Aber immerhin, jetzt endlich schon beim Bossgegner. Ja, ich weiß, ich kann auch nach unten schießen, wenn er unter mir ist. Ja, nur wie gesagt, das Ding hat halt nicht so eine große Reichweite. Leider. Hopp. Ja, das wird dann auch nochmal schwierig überhaupt mit den Bossgegnern hier. Ah, genau rein. Natürlich könnte ich jetzt auch eine andere Waffe wieder mitnehmen, mit der ich besser klarkäme. Aber ich weiß halt nicht, wann wir denn das hier wiederbekommen. Ich hab keine Lust, dann ganz am Ende wieder so zu verzweifeln. So ungefähr. Wo ist denn dieses blöde Ding? So, da wir jetzt aber schon beim neuen Abschnitt sind, würde ich jetzt hier einmal einfach die Folge ausmachen wieder. Gut, ähm, sind wir doch ein Stückchen weitergekommen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zu Twitter und Instagram, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ghouls & Ghosts wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.